Okay, mach mal Pause. Endlich. Willst du was trinken? Ja, gerne. So, erzähl mal, was ist denn letztes Wochenende wieder abgegangen? Ach, halt das Übliche. Bis 5 bis 10. Ich könnte jetzt noch kotzen, wenn ich daran denke. Oh, Marie. Komm schon. Ich würde jetzt noch malen. Okay. Ich habe ein Knochen geschlagen. Was? Es tut mir leid. Wie jetzt? Keine Ahnung über mich. Ich war betrunken. Und irgendwie... Jetzt kriegt ihr meine Zähne auseinander. In beiden schaffst du scheinbar auch. Katja. Es tut mir wirklich leicht. Margot ist ein Riesenarsch. Das habe ich dir schon immer gesagt. Ich habe bestimmt nicht die Erste in die Erechte getrunken. Ach, und das ist Grund genug für dich, ihn auch gleich anzuspringen, ja? Mann, Marie, kannst du dich nicht einmal im Leben zusammenreißen? Scheinbar nicht! Zumindest weiß sie jetzt, woran du bist bei ihm. Ich muss noch bei ihm, glaube ich. Ich muss noch bei ihm, glaube ich. Ich bin ein Riesenarsch. де600. Ich muss noch bei ihm, glaube ich mir einfach hin. Ja... Ich muss noch bei ihm, glaube ich da... Wie nach... ist, woran wir in den Neid?